Der einzigartige Flexplayer erlaubt deinen Zuschauern das Eingeben persönlicher Daten, wertvollen Feedbacks oder wichtiger Mitteilungen direkt in dein Video. Ein Beispiel. Du möchtest Herrn Meier dein nicht ganz einfaches Finanzprodukt erklären. Wäre es nicht hilfreich, ihm ein personalisiertes Video zu zeigen, in dem er und seine ganz speziellen Verhältnisse und Bedürfnisse die Hauptrolle spielen? Explanidio macht das möglich. Unser Video fragt Herrn Meier zu Beginn nach Alter, Beruf, Einkommen und Wohnort. Dann erfährt Herr Meier, wie das Produkt speziell ihm hilft. Plus, wie hoch seine monatliche Rate wäre und wer in seiner Stadt der richtige Ansprechpartner ist. Und am Ende schreibt er dir direkt in das Video eine Angebotsanfrage und schickt sie auch direkt dort ab, als wäre es eine Website. Wähle jetzt ein Thema. Interaktive Videos mit Flexplayer von Explanidio Handmade Infofilms. Dein Video kann mehr. www.explanidio.de Interaktive Untertitelung des ZDF, 2020